Was haben wir bekommen? Wieder was zu essen. Krass, schon. Ciao. Also, einen Teil haben wir erledigt. Okay, dann muss ich auch wissen, da kämpfen anscheinend auch die Bösen gegen die Bösen. Die, ja, Fürsten. Also, dieser eine Typ anscheinend, der irgendwie wahrscheinlich versucht, gerade Fürst zu werden. Oder so. Es wirkt mir jetzt erstmal noch so, weil warum sollte er Banditen anheuern? Und dann eben die Mongolen. Na ja, klar. Die wollen natürlich ihr Land verteidigen. Na gut. Nicht so wild. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist ein Dorf. Ich hoffe, hier ist ein Anführer von den Mongolen. Könnte gut sein. Es sei denn, es ist ein normales Dorf. Perfektur Atombo. Oh, da hätten wir was. Ui, haben wir aber gut was bekommen. Okay. Ist das ein Mongolen? Nein. Irgendjemand mit einer Quest. Ähm, okay. Reden wir mal kurz mit ihm. Dann machen wir. Mit ihr. Asamoliga? Noch nie davon gehört. Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Und dann gemeinsam. Oder wollen wir einfach weiter runter? Ja. Oder merken wir uns einfach den Fall? Komm. Das ist gut, dass wir die Möglichkeit haben, auch Nein zu sagen. Also, so dumm es klingt, aber zu sagen, okay, wir hören uns das jetzt kurz an. Und dann können wir ja noch immer sagen, ja, komm, machen wir. Na, komm. Äh, hab ich doch gemacht. Irgendwie, der hat ja die ganze Zeit da Stegen gehabt. Ja, komm. Der nächste. Der nächste. Jetzt du. Ich erlöse dich gerne. Ähm, nee, ich hab irgendwie die ganze Zeit Y gedrückt. Und irgendwie hieß es, ja, drück's nicht. Und ich sag, hä, warum, ich drück doch die ganze Zeit. Und dann hab ich nochmal losgelassen und nochmal reingedrückt. Aber, naja. Und der hat's nicht genommen. Keine Ahnung, warum. Vielleicht hab ich zu früh gedrückt und dann, ja. Aber der Kampf war gut. Die Kämpfe machen gerade sehr, sehr viel Spaß. Mal gucken, wie schwer die noch werden. Oh, Gewitter. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, komm her, Junge. Äh, geh. Ah. So. Höh. Höh. Oh, ich liebe diese Kämpfe. Wenn man die einmal so ein bisschen drauf hat. Ich bin gespannt, weil wir bekommen ja noch neue Kampfstile, wie die dann nochmal werden. Oh. Aber ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Ähm, dass wir da gewarnt wurden, ne. Von wegen, hey. Wenn du weiter auf dem Weg bleibst, hast du ein kleines Problemchen. Zuzung. Ah, das haben wir ja gehört, dass die ja irgendwo in die Region abgetrifft sind. Aber die Mission mach ich jetzt nicht mehr. Ich reite quasi nur noch hin. Oh, oder? Ähm, genau. Ah ja, okay. Da weht der Wind. Also, wenn der Wind nicht weht, so gesehen. Oh na. Ready? Dann heißt das auf jeden Fall, alles Tako. Oha. Das war nicht nett, Kollege. Oh, Mist. Oh, hä? Ich hib mich ja. Hey, Kollege. Oh ja. Graf an. Oh. Ernsthaft? Ja. Okay. Nice. Ich hoffe, ich meister das irgendwann so richtig gut. Na komm. Was haben wir denn da drinnen? Ah, 29 Vorräte. Hey. Ist ordentlich was, ne. Da drüben brennt irgendwas, aber keine Ahnung, was das sein wird. Ob es von einem Überfall war oder, I don't know. Eibenholz? Also, Eibenholz haben wir gut was, ne. Ich weiß nicht, für was das mal gut sein wird. Aber für irgendwas wird's wohl gut sein. Für irgendwas wie den Bogen. Oder vielleicht Pfeile. Oder vielleicht doch mal. Sobald die Rüstung kann ich mir nicht vorstellen. Und nun habe ich eine Geschichte, die eure müden Geister wecken wird. Warte. Vor Jahrhunderten rettete der Krieger Tadayori die Asamo-Bucht vor Piraten. Mein Herr, gesellt euch zu mir. Wie viel würde ich das gerne machen? Weil ich sehe gerade einen Vogel fliegen. Und dementsprechend will ich dem Vogel nach. Ah, nee, der Vogel... Ah, okay. Der Vogel hat uns nur dahin gebracht. Ja, dann komm, dann... Füllen wir uns das noch an. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Achso. Ja, wieder dasselbe, ne. Okay. Naja. Ich will noch mal weiter reiten. Und danach komme ich wieder. Mhm, mhm. Okay. Bruder wieder. Aber was wundert es einen? In so einem Gebiet? Wir sind gleich da. Renne die... Oh, ja. Komm, das machen wir. Wir können hier rein. Töte den Gegner in einem Haus, weil das ist Bescheid. Schade. Ich wollte eigentlich gerade, aber es hat nicht geklappt. Hä? Oh, ja. Ah. Okay. So. Wer noch? Du auch noch? Na, komm her, Kollege. Okay. Ist das der Lager, General? Ich freue mich auf dich. Ich würde mich gerne mit dir so richtig anlegen. Hallo. Mich... Ah, komm. Noch einer. Ah, komm. Noch einer Danke, Treffer Treffer Hat gereicht Ich war auf euch, wenn ihr gegen andere kämpftet Sashimura, Bara Hey Kernhaft oder nicht daneben da ist der lagergeneral daneben schon wieder perfekt wer jetzt daneben alter wie viele angriffe jetzt als schwere angriffe ja 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 ich muss ein bisschen zurückziehen und gut getroffen ja mich wirklich gut getroffen gerade Also das waren ein bisschen viele, aber das ging gar nicht mal so schlecht. Also ich würde, bei sowas würde ich es nochmal probieren. Ich würde die gerne alle herausfordern. Ah. Das würde ich gerne machen. Ah. Komm her. Damit hat sich der Drops aufgelöst. Aua. Treffer. Oh ja. Oh. Da wollte ich mich gerade wegschocken. So Stück für Stück die Leute wegzusnacken, das geht. Das kann ich auch gut durchziehen. Metall. Also Stahl in dem Fall. Die Bogenschützen sind meistens so ein bisschen kontraproduktiv für mich. Wie sieht es denn aus? Sind die Gegner wieder zurückgespawnt? Hier gibt es super viel zu finden. mit Banner. Bisschen davon, bisschen davon. Also danach können wir hoffentlich auch ein bisschen was verbessern. Was man auch natürlich noch machen kann, sind Kunais. Danke. Na, komm. Ah, daneben. Alter, was? Boah, ja, klar. Boah, das ist halt. Ein reines Durcheinander. So. Ah, okay. Daneben. So. Noch einer weg. Noch einer weg? Nein. Jetzt. Oha. Ah. Alter, diese roten Angriffe, ne? Na, komm. Alter. Okay, das war jetzt ein bisschen too much auf einmal. Ach, da hat er seinen eigenen Typen erwischt. Oh Mann. Ich versuch's. Ich werd's versuchen, weil mir der Kampf übelst Spaß macht, ne? Okay, da gibt's zwei Hashimoto-Banner anscheinend. Also wie gesagt, es bleibt dabei, das Spiel macht richtig Spaß und der Kampf macht übel Spaß. Ist es überhaupt noch jemand, den ich herausfordern kann? Okay. Okay. Jetzt werden die nach mir suchen. Ist nix. Okay. Lass sie mal ankommen. Ich werde mal gucken, dass ich wieder die Einsen bekomme. Guck mal da. Ne? So, vorbei mit dir. Ne, komm. So. Die Zeit hab ich. Oh ja, da hinter mir. Was ist denn der Bogenschatz da oben? Oh ja, da kommen noch ein paar hinterher. Da sind noch ein paar Leute. Oh. Ganz übel. Ach, alle mit Schilden. So, auch. Ach, Mist. Weg. Weg. Na, komm. Oh nein. Ich wollte gerade abhauen. Aber irgendwie ging das nicht mit der Bewegung. Okay. Okay. Aber. Oh, okay.